So, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play The Sexy Plutal. Was soll man sagen? Wir stehen kurz vor dem Finale, so wie es aussieht. Zumindest haben wir jetzt eine sehr interessante Fähigkeit und wir haben den Rupin... äh, Rupin sag ich schon, Rubin-Herzring. Und, äh, ja gut, wir haben eine Fähigkeit, mit der wir die Architektur ein bisschen weiter, ähm... also sagen wir genauer prüfen können. Ich würde mir gerne im ersten Obergeschoss diese eine Stelle ansehen. Aber, wo war denn der nächste Spiegel? Kann ich das irgendwo sehen? Einfach, weil ich ja eine Schnellreise mit Spiegeln machen kann. Ich habe nur keine Ahnung, wo welche sind. Ach ja, die Wand, klar. Irgendwo wird es einen geben. Hier schon mal nicht. Wir wissen ja, wir müssen oben durch eine... Oh, das war eine dumme Idee. Wir müssen oben durch eine ganz bestimmte Tür gehen können. Also, wir müssen da durch. Er bricht den Arm ab, das interessiert mich noch nicht. Wir müssen da durch. Also, da oben durch die brennende Tür. Aber das können wir augenscheinlich gerade nicht. Ach, dann sind wir sogar hier, okay. Das erklärt's, wenn ich jetzt versuche. Die Tür ist... Ach nee, an der Tür ist ein leuchtendes Herz. Eingehüllt in blauen Flammen. Die Tür bewegt sich nicht. Sag bloß, wir können jetzt tatsächlich hier so durch. Das wäre jetzt, äh, überraschend. Tür reagiert auf den Siegelring des Marquis. Die blauen Flammen werden schwächer. Mir fällt auch gerade auf, dass ich überhaupt noch keine Uhr angeschaltet habe. So, jetzt weiß ich nämlich dann auch, wie lang die Folge schon geht. So. Das heißt, so einfach ist es. Ich dachte, wir müssten da noch irgendwie einen komplizierten Weg hinfinden. Und hier ist noch eine Treppe. Jetzt wird's interessant. Die Kapelle. Neues Gebiet. Warte, die Kapelle ist kein neues Gebiet. Hier waren wir schon. Aufziehschlüssel der Kapelle. Eine Karte noch gefunden. Die Kreuz 7. Wir können hier Informationen holen. Wir wissen, über den Ort durchströmt das Gedächtnis. Broschüre bitte. Tutorials. Ach ja, Elianas Spiegelpfad kennen wir. Ich kann jetzt jeden Spiegel im Sexy brutal durchschreiten. Die Bewegungen aller Mitarbeiter und Gäste wurden auch auf der Karte offenbart. Das ist aber nicht, was wir wollen. Die Kapelle. Der Warteraum. Der oberste unter den unscheinbaren Räumen. Ach nee, der unscheinbarste unter den unscheinbaren Räumen. Hier soll man sich entspannen und spüren, wie sich das Gewicht von den Schultern hebt. Hier gibt es wirklich nichts, was beachtenswert wäre. Die meisten Leute würden vermutlich vergessen, dass sie diesen Raum jemals gesehen haben, wenn sie ihn überhaupt einmal gesehen haben. Würdest du ihn aus diesem Blickwinkel überhaupt erkennen? Vielleicht hast du schon einmal vor langer Zeit einen Blick, nur einen winzigen kleinen Blick, erhascht. Fühlt es sich nicht an, als sei seitdem ein ganzes Leben vergangen? Für einige stimmt das sogar. Der Raum selbst mag nicht wichtig oder bemerkenswert sein. Aber vielleicht sollten wir nachsehen, ob das, was auf der anderen Seite ist, unserem Gedächtnis auf die Sprünge hilft. Ohne Art springen auf den Geheimgang. Aber was machen wir denn jetzt hier bitte in der Kapelle? Ich meine, wir waren hier schon. Was bringt es mir hier zu sein? Ich meine, ich kann mich umsehen und alles, aber... Muss ich jetzt die Uhr hier wieder auf... Sie muss aufgezogen werden, Tatsache. Das heißt, in der Kapelle würde es wieder was Neues geben, oder wie? Ja, jetzt ist Sixpence wieder erschossen worden. Aber irgendwas muss ich hier doch machen können. Möglichst ohne, dass ich dabei in einen Kerl reinlaufe, der mich direkt umbringen will. Ah, was liegt hier? Ach, die Platzpatrone. Ein bisschen über diesen Ort strömt ein Gedächtnis, schon klar. Der Tresorraum. Der Marquis hatte viele Geheimnisse und große Ausgaben. Es wurde viel Mühe aufgewendet, um die Abläufe im Anwesen mühelos erscheinen zu lassen. Doch alles hatte seinen Preis. In diesem Raum wurden die inoffiziellen Versionen offizieller Dokumente aufbewahrt. Ein Schönheitssalon für Konten, in dem Zahlen massiert und Regeln gelockert werden. Den Safe in diesem Raum hat Grayson Grayson höchstpersönlich entworfen. Er ist für jeden ohne Zugangscode nicht zu knacken. Er bewahrte die Wahrheit im Herzen des scheinbar wohlhabenden Anwesens vor allen neugierigen Augen. Er ist ja überall verstreut. Konten, Bücher mit laufenden Kosten über das Casino. Also eigentlich, so wie uns das ja erzählt wurde, sind wir ja normalerweise hier in der Kapelle gestorben. Ach, hier gibt's nen Geist! Kälte in der Luft, die vorhin noch nicht da war. Also wir waren ja augenscheinlich vor... äh, oder sind ein Priester. Endlich reden wir also. Es ist ein langer Weg gewesen. Umschließ dich hier wieder zu landen. Nimm dies. Und ich werde weiterspielen. Der Karo-König brachte also letzten Endes auch nix. Machen wir halt damit zwei äußerst schweren Wasting-Herzen... ähm... Das Fenster als Prachtwolf verursacht jedoch großes Umgang. Warte mal, das ist Boon-Glas und oben ist auch die Maske aufgetaucht. Was passiert jetzt hier? Gut gemacht, Boon. Bitte. Ach nee, das ist wahrscheinlich der Böse. Bitte. Komm zu mir. Was brachte es mir jetzt hier? Wo zum Geier? Der Keller? Das Gefängnis. Achso, warum habe ich denn dafür jetzt eine Information gekriegt? Ein Gefängnis mitten im Herzen des Anwesens? Wenn du die Wände berühren würdest, könntest du hunderte, gar tausende an Einkerbungen ertasten, die die Tage, Monate, Jahre zählen. Aus einer der Ritzen am Boden wächst ein Baum. Wie lange braucht ein kleiner Setzling, bis er ausgewachsen ist? Wie viele Jahre? Aber das hier... Ich habe keine Kontrolle über dich. Ich kann dich nicht zu einem wahren Teil meiner Welt machen. Aber wenn du es siehst, entscheidest du vielleicht selbst, ob diese Welt für uns richtig ist oder nicht. Das ist Lucas Bonds, der Marquis des Sexy Brutal. Lucas. Mein Lucas. Ich habe alle hierhergebracht, um diesen Mann zu beurteilen. Oder lieber, um ihn zu verurteilen. Seine Schuld steht nicht in Frage. Sie verstehen nicht. Bitte. Er ist ein guter Mann. Wir werden sehen. Boon, pass auf. Wir haben noch Zeit. Ausreichend Zeit. Schließlich hat Sixpence das so kalkuliert. Die Sprengladungen sind alle so eingestellt, dass sie gleichzeitig hochgehen. Schlagmitternacht. Ein Dutzend Gäste, die dann draußen in Sicherheit sein werden. Und ein Dutzend Zeugen, die meine Unschuld bezeugen können. Das ist riskant. Aber die Versicherung. Ein neues Leben für Eleanor und mich. Dieses Mal etwas weniger extravagant. Lucas. Mein Lucas. Bitte. Er ist ein guter Mann. Schwer. Sixpence. Ich habe leider nicht deine Talente. Ich will das nicht mit ansehen. Du wärst sehr enttäuscht, alter Freund. Du hattest eine sehr viel bessere und feinere Arbeit abgeliefert. Oh, wo sind meine... Ich muss sie wohl im anderen Raum gelassen haben. Ja, schau ruhig weg. Du machst es dir leicht. Es ist dir so leicht, wegzuschauen. Ich bin derjenige, der alles zusammenhalten muss. Ist es perfekt? Nein. Aber es ist richtig. So richtig, wie wir es eben verdienen. Bitte. Er ist ein guter Mann. Mein wunderschönes Anwesen. Ich werde dich sehr vermissen. Aber du warst auch ein hoher Einsatz. Und er hat sich nicht ausgezahlt. Das Haus gewinnt eben doch nicht immer. Und ich kann mir diesen Luxus nicht mehr leisten. Zeit für eine Auszahl. Was war das? Oh mein Gott. Nein. Feuer. Das Theater. Aber wie? Das Casino. Nein. 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 Der Timer. Hab ich etwas falsch? Nein. Aber wie ist das möglich? Ich muss hier raus. Ellie. Ellie. Nein. 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 Oh Gott. Was habe ich getan? Was habe ich getan? So hat die Geschichte also seinen Anfang genommen. Er hat diesen Sturz überlebt. Ein wenig lediert. Ziemlich verletzt. Aber er hat gelebt. Das ist der Beweis, Boone. Dieser Mann hat sein eigenes Haus in Brand gesetzt, nur um die Versicherungstumme zu kassieren. Alle in diesem Haus sind in Wahrheit nicht riesigen Spinnen, Dämonenfischen oder tödlichen Fallen zum Opfer gefallen. Sie starben in dem Feuer, das dieser Mann gelegt hat. Ich habe das Haus am Laufen gehalten, die Tode dramatisiert, für ein bisschen Flair gesorgt. Bei dieser Mann ist in Wahrheit verantwortlich für die Tode in diesem Haus. Das ist noch nicht alles. Du weißt nicht... Es ist mehr als genug. Wir werden warten, Boone. Wenn du es herausfinden kannst, wenn du den Wunsch hast, diesen Mann zu retten, dann nur zu. Ich werde dich nicht aufhalten. Die Frage ist nur nach wie vor, wer ist der Typ mit der Skelettmaske? Deine Taschenuhr tickt im perfekten Einklang mit dieser Uhr. Ach, das ist einfach nur eine Uhr. Bitte, er ist ein guter Mann. Er hat das getan, Boone. Kann ich runterklettern ohne... Nee. Dann geht die Maske auf mich los. Ich muss also versuchen, den Kerl irgendwie zu behindern, wenn er weg ist. Auf jeden Fall... Interessant. Also wir wissen noch von der blutigen Frau, dass es augenscheinlich die Nichte von Sixpence, wenn ich mich recht erinnere, ist. Und augenscheinlich ist die in diesen Marquis verliebt. Aber es scheint ja nicht Eleanor zu sein. So, er ist raus. Wir können rumfuschen. Eine Violine zum Üben. Das sieht ganz nach Sixpence aus, die Uhr für... Oh, oh. Er geht später ja nochmal raus. Hm. Da stellt sich immer noch die Frage, wer ist der Kerl mit der Skelettmaske? Das sieht ganz nach Sixpence aus, der Uhr füllen ein paar Teile. Eine riesige Uhr über dem anwesenden Zahnreise sind perfekten Handwerk mit unvergleichen mit 6 Pennies Logo eingestanzt ins Metall. Eine Bibel, die in Strift stammt von Levcadio. Die kleine Statue wurde von Trinity gemeißelt. Die Kontobücher zeigen die Verluste des Casinos. Ich könnte versuchen, hinter ihm durch die Tür weiterzukommen. Um zu schauen, was da hier... äh, dahinter ist. Geht nicht. Bin ja schon weg. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt muss ich schon zurückdrehen, ansonsten klappt das nicht. Ich muss also irgendwie schauen, was er genau macht. Und vielleicht selbst durch die Tür kommen. Schauen wir mal, wo sind wir überhaupt auf der Karte? Obergeschosse. Ach, das ist in der Kapelle. Ja gut, klar. Wenn da eine Bibel und sowas rumliegt. Er hält wieder seinen kleinen Monolog. Und wir müssen irgendwie verhindern, dass... Dass er... Also, dass hier irgendwas passiert, sag ich mal. Die Frage ist nur, wie? Moment. Nein, es ist Zeit, das zu klären. Hier, jetzt. Kommt durch die Tür, verdammt. Ich hab keine Ahnung, was er gemacht hat. Also, irgendwie hat er natürlich das Ding geholt. Aber wenn ich durchgehen will, sagen die, es ist in der Zeit, das zu klären. Sie sagt immer nur, bitte, er ist ein guter Mann. Der sagt, er hat das getan, Boon. Jetzt sehen wir uns das jetzt genau an, was er da tut. Hm, ich dachte, ich hätte Orums Seitenschneider hier gelassen. Aber egal, ich kann Orum neues Werkzeug kaufen. Die Frage ist nur, an welchem Punkt kann ich... Ach, Moment. Ich kann vielleicht die Bombe entschärfen. Oder ich kann sie hochgehen lassen, bevor er es... Äh, wobei, aber das bringt dann auch nix. Sie würde alles zerstören, was wir noch haben. Bitte bereitet diesem Leiter ein Ende. Ach, sie, okay. Ich frage es nur, wie. Ich kann nur leider nicht runter. Also ist auf jeden Fall die Geschichte hier die Geschichte eines tragischen Unfalls. Wir haben nichts davon, gar nichts. Ja, Qualen. Ja, Leid. Das ist der Preis, den wir zahlen. Den ich zahle. Ist es dann schon vorbei, wenn er rausspringt? Ich kann nicht mehr runter. Bitte hilf ihm. Also, Boone, sollen wir noch einmal los? Also muss ich irgendwas machen? Wenn er die Bombe aufgestellt hat, glaube ich. Vielleicht kann ich die Bombe dann entschärfen. Also ich muss warten, bis er die Bombe aufstellt und nochmal weg geht. Ich schau mal kurz, bringt das was vor zu spulen? Ach, kann ich gerade gar nicht. Also der Plan von ihm ist ja, dass er die Bomben hochgehen lässt, wenn alle Gäste draußen sind und dann quasi alles niederbrennt und er die Versicherungssumme einstreicht und mit seiner Frau ein entspanntes Leben mit weniger Luxus sich leisten kann. Das ist eine Sache, die ich noch überprüfen möchte. Nämlich hier den Schreibtisch nochmal kurz. Kontobücher. Mehr war da nicht. Ja, und hier war auch nur eine Bibel. Decker kommt rein. Seine Maske wird sauer. Der bleibt aber auch nicht lange. Der geht dann halt auch relativ schnell weg. Weil er den Seitenschneider sucht, der noch irgendwo ist. Ich kann hier auch an keinem... Also an ihr kann ich nicht vorbei und ich frage mich, was das für Zahnräder im Hintergrund sind. Also warum die zum Beispiel unterschiedlich gefärbt sind. So. Ähm... Moment. Wir können die Uhr... Ja, es ist ein seltsames Uhrwerk, das tickt. Wir haben den Timer richtig eingestellt. Nein, warte. Was habe ich jetzt genau getan? Also ich habe die Uhr mit meiner synchronisiert. Vielleicht ist das genau das, was wir machen müssen. Mein wunderschönes Anwesen. Ich werde dich sehr vermissen. Aber du warst auch ein hoher Einsatz und er hat sich nicht ausgezahlt. Das Haus gewinnt eben doch nicht immer. Und ich kann mir diesen Luxus nicht mehr leisten. Zeit für die Auszahl. Was war das? Oh mein Gott, nein! Feuer! Das Theater, aber wie? Das Casino, nein! Ach, ich verstehe jetzt. Ich habe die Bombe als neuen Spawnpunkt und werde im anderen Raum auftauchen. Timer, habe ich etwas falsch? Ja. Wir starten neu. Und sind dann im anderen Raum, wo die Bombe zuerst steht. Da liegt dann der Seitenschneider und wir können damit augenscheinlich das Ganze dann umdrehen, sage ich mal. Und im Seitenschneider, was haben wir noch? Ein Nachbar ist sexy brutal. Die Stellen der Kamine wurden mit Flaggen markiert. So, wir haben die Bombe entschärft. Warte, der Draht ist durchtrennt. Wer? Moment, da stimmt was nicht. Der Timer. Ich habe einen Fehler gemacht. Sie wären zu früh hochgegangen. Oh mein Gott. Boon. Ich kann mich nicht bewegen. Die Maske greift mich einfach an. Ich glaube, die Masken müssen dich nicht mehr jagen, Boon. Diese Spielchen sind jetzt überflüssig. Lafcadio! Was machst du denn hier? Bitte, du musst gehen. Ich kann das erklären, aber wahrscheinlich muss ich das gar nicht. Tut mir so leid, mein alter Freund. Ich hätte es dir sagen sollen, aber du kannst eben sehr beharrlich sein, oder? Ich werde alles niederbrennen. Du weißt, wie sehr ich diesen Ort liebe. Aber sie liebe ich noch mehr. Wusstest du, dass wir ein Kind bekommen? Und dieses Anwesen, all die Kosten, die Mühen. Ich bin nicht mehr der wilde junge Spieler von früher, Lafie. Ich dachte, du wärst stolz auf mich. Ich habe die Dämonen sicher weggesperrt. Keine Jagd mehr nach höheren Einsätzen. Obwohl auch dieser Plan seine Reize hätte. Aber ich habe den Zeitpunkt so eingestellt, dass es erst in die Luft geht, wenn alle draußen sind. Das Anwesen wird niederbrennen, denn ihre Kamine sind alle miteinander verbunden. Und ich habe das Personal angewiesen, in jedem Kamin eine Ladung zu legen. Aber es wird niemand zu Schaden kommen. Und dann musste ich feststellen, dass der Draht hier gekappt wurde. Und ich habe meinen furchtbaren Fehler bemerkt. Wenn ich dem und den Draht durchtrennt hätte, wäre alles viel früher in die Luft geflogen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Verstehst du es jetzt? Er hat das nie gewollt. Er hat nie jemandem wehtun wollen. Bitte, bitte erspar mir diese Qual. Eleanor, bist du das? Ja, ist ja also doch... Tatsache. Nein, 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 nein. Das hat er nicht so gewollt. Aber er hat es getan. Und sie sind gestorben. Sie alle. Er hat sie getötet, Boon. Er hat alle getötet, die ihm etwas bedeutet haben. Seine Freunde. Seine eigene Frau. Sein ungeborenes Kind. Wir haben es nicht verdient, dass man uns vergibt. Sie haben es nicht verdient, vergessen zu werden. Verstehst du nicht, Boon? So halte ich sie am Leben. Das Fest dieser Tag. Das Fest dieser Tag. Ich erneuere das Leiden. Ich sehe ihre Gesichter. Ich erinnere mich an sie. Sie würde wollen, dass wir uns selbst vergeben. Sie würde uns gehen lassen. Sie würde wollen, dass du lebst. Aber ich bin nicht bereit dafür. Ich werde niemals bereit sein. Bitte, Boon. Boon? Alles, was du in diesem Anwesen siehst, sind die Erinnerungen eines gebrochenen Mannes. Eine Albtraumnacht, in der er alle Menschen umgebracht hat, die ihm etwas bedeutet haben. Er hat sie jede Sekunde seines Lebens bereut und sich immer gewünscht, sie rückgängig machen zu können. Ein Mann allein ist für alles verantwortlich, was in diesem Anwesen geschieht. Lucas. Also das Skelett ist so eine Art schlechtes Gewissen? Augenscheinlich. Lukas. Und? Lukas. Das ist jetzt verwirrend. Schau, wie alt du geworden bist, mein Lieber. Es ist an der Zeit. Wir müssen ihn aufsuchen. Also das ist jetzt echt verwirrend. Tja. Alle drei derselbe, nur unterschiedlich alt? Wie kann jemand zu seinem alten Ich aufsehen und... Naja, seltsam. Und die Bediensteten... Alles derselbe. Es ist mehr als 40 Jahre her, Lukas. Du hast dich lang genug selbst bestraft. Jetzt verstehe ich auch, warum wir einen Priester gespielt haben. Du wärst beim Sturz fast gestorben. Und es schien fast, dass du nur überleben wolltest, um noch ein wenig mehr zu leiden. Du warst im Krankenhaus, dem Tode nah. Du warst im Gefängnis. Auch das war nicht genug. Jeden Tag hast du gelitten und uns vermisst. Wir sind nicht hier, um dir zu vergeben, Lukas. Das würdest du nicht wollen. Wir sind verloren und wir können die Worte nicht aussprechen. Du kannst niemals wissen, ob wir die Worte überhaupt aussprechen würden. Aber so sehr du dich auch selbst gehasst hast, eines hast du immer gewusst. Tief in deinem Herzen hast du gewusst, dass ich nicht gewollt hätte, dass du auf ewig leidest. Eines Tages muss es genug sein. Und dieser Tag könnte heute sein, Lukas, wenn du es willst. Wenn du bereit bist. Du musst nichts vergessen. Du musst dir nur genug vergeben, um leben zu können. Sein bloßer Anblick ist für mich schon schmerzvoll. Genauso wie mein Anblick schmerzvoll für dich ist. Er ist der König des Anwesens. Er ist möglicherweise der unverfälschteste Beweis in deine Seele, Liebster. Schwach, vernachlässigt, allein. Aber überaus mächtig. Genug Zorn, Schmerz und Trauer, um dieses Anwesen hunderte Male zu zerstören und wieder aufzubauen. Gefangen hier unten, durch diese Spiegel dabei zusehend, wie seine Freunde wieder und wieder ermordet werden. Er ist der König des Anwesens, aber ein Marionettenkönig. Es ist an der Zeit, ihn von dieser Pfahl zu erlösen. Nimm deine Maske, Lukas. Sie wird dir zurückgeben, was du verloren hast. Und dann lass uns gehen. Lass uns alle gehen. Das bedeutet nicht, dass du vergessen sollst. Ich liebe dich. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Geh fort. Nimm diese Uhr. Dreh die Zeit zurück. Lass das Fest von Neuem beginnen. Wir werden alle da sein. Deine Freunde werden da sein. Dein Anwesen, deine Erinnerungen. Du musst sie nicht gehen lassen. Es ist deine Wahl. Willst du den Tag neu starten, ja oder nein? Ich denke, wenn wir jetzt die ganze Zeit quasi die Wahnvorstellungen eines, äh, ne wie soll man sagen, eines alten Mannes gespielt haben. Ja, das muss irgendwann aufhören. Wir starten nicht neu. Dieser Ort gehört dir, Lukas. Er ist furchtbar und heruntergekommen und verflucht. Du musst hier kein Gefangener sein. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich so sehr geliebt. Und du mich. Ich weiß, dass es dir leid tut. Ich weiß, dass das nicht ausreicht. Aber es ist geschehen. Löse dich von dem Schmerz. Lebe dein Leben. Auf Wiedersehen, Liebster. Ich weiß, dass es dir leid tut. Okay, er rettet jetzt also ein letztes Mal alle. Aber das ist auch eine kranke Sache, dass der Kerl sich quasi, also wir waren ja quasi der Teil des Ichs, der vergeben will, der Priester. Und der andere war ja quasi der Teil des Schuldbewusstseins, sag ich mal, das sich immer wieder vorgeführt hat, wie er die anderen umbringt. Und zwar dann auf die diabolischsten Weisen, die er sich ausmalen konnte. Auf Wiedersehen, Liebster. Was immer ich auch bin, ich bin immer hier. Besuche mich, wenn du willst. Aber bleib nicht zu lange. Es wird Zeit, neue Erinnerungen zu schaffen. Zeit, das Leben zu leben, das du noch hast. Also ging es in dem Spiel letzten Endes um Verlust. Zeit, darüber hinwegzukommen, alter Mann. Das erklärt, warum in dem Grab tatsächlich jemand liegt. Und warum unser Charakter auch schwarz trägt. Also ist Lev K. Deo Boon niemand anders gewesen als Lucas Bonds. Das war The Sexy Brutal. Das Ende hat mich schon so ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Also es ging um Verlust und dass jemand mit sich ins Reine kommen musste. Allein diese Vorstellung, dass der wieder und wieder und wieder das alles durchlebt und sich dabei selbst, also ein Teil von ihm betrachtet sich selbst als eine Art Showmaster, der das Ganze inszeniert und ja, schon fast sadistisch beobachtet. Aber einfach nur als negative Darstellung seiner eigenen Person. Er hat sich selbst gehasst. dafür, dass das passiert ist. Und dass er als einziger überlebt hat. Ja, und die ganzen Diener, die da aus den Spiegeln kamen, das war jedes Mal er selbst. Und dieses Krankenzimmer, das war dann wohl die Erinnerung an das, ja, an seine Zeit direkt im Krankenhaus danach. Es, ja, all diese Leute sind also wirklich gestorben und jetzt in dieser letzten Variante rettet er einmal alle, lässt keinen von ihnen sterben und sagt, also wie soll man sagen, er sagt damit hier quasi, es tut mir leid. Aber es war ein Unfall, ich bin das schuld, aber nicht bewusst, ich bin kein Mörder. Das ist ja auch so eine Sache. Mord ist eine Sache, die mit Vorsatz geschieht. Das waren Unfälle. Daher ergibt es Sinn, dass er quasi die Morde bei der letzten Variante nochmal verhindert und schließlich dann sich verabschiedet. Das erklärt auch, warum diese sechs Leute dann einmal da durch, also durch die Spiegel gehen. Wahrscheinlich hat jeder von denen das dann einmal verhindert. Letzten Endes, ja. Man versteht ja am Anfang überhaupt nicht, was der Grund für diese Sache ist, diese eigenartigen Zeitreisen und so weiter. Aber ja, es hat überhaupt nichts Mythisches. Es ist alles einfach nur, was im Kopf einer Person vorgeht. Einer Person, die 40 Jahre lang getrauert hat. Und ja, damit sind wir am Ende von diesem Spiel. Ich finde, das Ende fand ich gerade einfach großartig. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Klar, die Folge ist jetzt ziemlich lang geworden, aber ich finde, beim Finale kann man das machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Es war natürlich ein relativ kurzes. Und jetzt verstehen wir, was da alles passiert ist. Falls Leute ein paar Sachen nicht ganz verstanden haben oder interessante Interpretationen auch dafür haben, bitte in die Kommentare. Ich bin da echt gespannt. Und ja, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Auf meinem Pen & Paper Kanal geht es gerade wieder weiter. Also, was heißt wieder? Ich war ja überall in der Pause. Ich habe ja bei mir auf dem Kanal unter der Sparte, wo ich andere Kanäle vorstelle, auch den Kanal die Rollenspielfestung markiert. Schaut da mal vorbei, falls ihr Interesse an Pen & Paper Rollenspiel habt. Wird interessant. Aber genug von der Eigenwerbung, zurück zu dem Spiel hier. Ja. Das erklärt jetzt, was der Grund für alles war, was eigentlich wirklich passiert ist. Ja. Ein Mann, der seine besten Freunde verliert. Es ergibt auch eigentlich ziemlich viel Sinn, dass man auf diesem typischen Bild eigentlich alle sieht, nur nicht Boon. Weil es Boon in der Form nie gegeben hat. Oder wenn, dann war das jemand, der an dem Tag einfach nicht da war. Levcadio Boon. Ob es den wirklich gab, weiß ich nicht. Aber was wir gespielt haben, war nicht wirklich Boon. Das war in dem Fall der Teil äh, der Teil von Lucas Bonds, der sich vergeben wollte. Vielleicht war es auch seine Liebe zu seiner Frau, ich weiß es nicht. Aber wir haben quasi mehr einen Persönlichkeitsaspekt gespielt, als eine eigentliche Person. Vielleicht ist es wirklich... Ja, die Reue gab es ja durchaus. Wobei diese Reue schon fast, äh, quasi Selbsthass war. Oh ja. Genug davon. Ich finde, das Ende und wie das aufgelöst wurde, das fand ich echt gut. Muss ich ehrlich zugeben. Also, genug davon. Mal schauen, was ich als nächstes Projekt bringe. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.